Zum vierten Mal hieß es am 27. und 28. Mai Ideen sammeln, Berufe kennenlernen, Karrieren starten. Jobs SI 2011, die Siegner Messe für Beruf, Aus- und Weiterbildung und Existenzgründung in der Siegerlandhalle. Über 7500 Besucher informierten sich kompakt und umfassend bei über 70 ausstellenden Firmen. Wir sind hier, weil wir uns über die Betriebe informieren möchten, über Ausbildungsverträge, wie das so abläuft. Wir können uns auch mit Auszubildenden austauschen, die unsere Erfahrungen uns auch sagen. Ich denke mal, dass wir uns hier über diverse Berufe besser informieren können und einen Einblick auch in verschiedene Berufe kriegen. Ja, also es ist für Männer, für Frauen, für alles ein vielfältiger Beruf und es ist eigentlich relativ gut hier. Also es gibt hier schon viele Stände, die einen schon interessieren. Es ist schon sehr interessant. Ich bin hier mit Schülern aus einer neunten Klasse. Wir sind in der Berufswahlphase, haben gerade unser dreiwöchiges Betriebspraktikum hinter uns. Und versuchen das jetzt zu stützen, indem die Schüler sich jetzt hier nochmal über Berufe informieren. Ja, man sieht ja, es ist ja viel los. Also ich denke, es wird dann auch besonders viel Resonanz stoßen und wird natürlich hoffentlich auch viele Leute was finden können. Unsere Erwartungen, ganz konkret heißt, wir wollen viele gute Leute auch für den Beruf begeistern und ein Stück weit auch aufklären. Wir möchten deutlich machen, dass vor allen Dingen auch Realschülerinnen und Realschüler gute Chancen haben, auch einen Ausbildungsplatz und auch die Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen können. Wir hatten heute Morgen schon viele gute Kontakte. Es war sehr positiv. Wir hatten sehr viele Gespräche, sehr viele gute Gespräche, wo wir auch feststellen konnten, dass viele interessierte Jugendliche vor Ort waren. Ich denke, es ist wirklich eine gute Erfahrung und eine gute Möglichkeit für die Schüler hier Kontakt aufzunehmen mit vielen, vielen Ausbildungsbetrieben. Also ich denke, die Messe war sehr erfolgreich, da man hier die Chance hat, sich verschiedene Firmen auch anzusehen und auch sich direkt zu bewerben, was ich sehr wichtig finde. Auch in der Mediour von ihnen chinesisch. auch in der Mediour von uns. Wir haben hier eine gute Lösung und Kanton bei uns vor.